So, guten Tag, liebe Podcast-Gemeinde. Hier sind wieder die Sportbiologen Henning Wackerhage und meine Wenigkeit Martin Schönfelder. Heute sitzen wir bei uns im Labor, deswegen gibt es vielleicht auch mal die ein oder anderen Hintergrundgeräusche, die wir hier entschuldigen möchten. Das Thema, was wir heute uns widmen wollen, ist, warum sind die Sherpas so gut an die Höhe angepasst? Und da dazu möchte ich gleich mal das Wort an Henning geben, der uns eine kleine Einführung dazu gibt, wieso wir hier in München uns mit Bergsport beschäftigen. Ja, die Sherpas faszinieren ja viele in der Höhenmedizin, aber auch in der Sportphysiologie. Und ich habe mir immer schon die Frage gestellt, warum sind die Sherpas eigentlich so gut in der Höhe? Aber bevor ich damit anfange, die Frage zu beantworten, ja, möchte ich einfach erst mal München vorstellen. Denn München ist ja eine alpine Stadt. Wir sind weniger als 100 Kilometer von den Alpen entfernt und München hat eine lange Tradition im Bergsteigen. Ja, zum Beispiel einer der bekanntesten Kletterpioniere, Hans Dülfer, hat in München gelebt und studiert. Und ja, der Dülfer ist auch bekannt für Ruten am wilden Kaiser. Der wilde Kaiser ist ein Gebirge. Das ist ungefähr eine Stunde von München entfernt und da hat Dülfer Ruten an der Fleischbank geklettert und am Totenkirche. Und ich bin diese Ruten dann letztes Jahr mit meinem Freund Arno Elpi geklettert und wir haben gemerkt, was die für einen Kletterstandard schon vor dem Ersten Weltkrieg haben. Dann sind Münchner Bergsteiger, sind natürlich auch Anderl Heckmeyer und Ludwig Wirk, die ja von dem vierköpfigen Team, die die Allgär Nordwand zuerst bestiegen haben, die dann Teil von waren. Dann hat der Deutsche Alpenverein seinen Sitz in München. Wir haben das Alpine Museum auf der Praterinsel und dann hat unsere Fakultät, die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften übernimmt die Ausbildung der deutschen Bergführer und Bergführerinnen. Und hier an der Fakultät haben wir auch Gudrun Weikert und Gudrun ist die erste deutsche Bergführerin, die ja das Examen geschafft hat und die hier jetzt an der Fakultät unterrichtet. Wir haben auch ein Modul in Mountainsports, gerade wo wir, was wir da versuchen ist, wir kombinieren interessante und recht anspruchsvolle Theorie, die ganze Höhenphysiologie, Höhengenetik mit Praxis und die studieren lernen, klettern, Seiltechniken und der Höhepunkt der ganzen Sache ist immer eine Expedition auf die fast 4000 Meter hohe Wildspitze. Und auf der Wildspitze während der Expedition müssen die Studierenden alle ein Feldexperiment machen. Also die schleppen da ihre Geräte hoch und untersuchen dann, wie der menschliche Körper auf Höhe reagiert. Also das ist ein super Modul, unserer Meinung nach. Und ja, deswegen, also dazu der Hintergrund, warum wir überhaupt auf die Idee kommen, uns mit den Sherpas zu beschäftigen und der Genetik der Sherpas. So, zum heutigen Thema. Eine Besonderheit in den Bergen ist natürlich der Sauerstoffmangel, den man in Fachkreisen als die sogenannte Hypoxie bezeichnet. Und jetzt in den letzten Jahren gibt es zunehmend mehr Informationen darüber, dass insbesondere die Sherpas, die in der Höhe leben, bestimmte DNA-Varianten aufweisen. Die sich davon unterscheiden, wie Völker eben in der Ebene leben. Was kann man dazu genaueres berichten und was ist da wichtig zu beachten? Ja, die Sherpas sind besonders und die haben mich ja schon immer interessiert. Und ja, wann wurden die Sherpas zum ersten Mal bekannt? Das war natürlich so 1953, wie Sherpa Tenzing und Edmund Hillary zum ersten Mal auf dem Mount Everest standen. Das war ja eine lange Geschichte, dass Menschen versucht haben, auf den Mount Everest zu kommen. Und einer der Erstbesteiger waren Sherpa. Und das hatte der Hillary schon gemerkt, dass die Sherpas sehr gut in der Höhe zurechtkommen. Besser als die meisten Europäer. Und ja, vor ein paar Tagen, da war auch auf der BBC-Website, da habe ich das gesehen, da war der 49-jährige Camerita. Und das ist ein Sherpa, der hat es geschafft, 24 Mal auf den Mount Everest zu besteigen. Und viele dieser Besteigungen sind ohne Sauerstoff, was man ja vor der Erstbegehung ohne Sauerstoff durch Habler und Messner, dass man gedacht hat, das ist überhaupt nicht möglich, dass man auf dem Mount Everest überleben kann. Naja, und insbesondere die Sherpas haben sich wirklich als fantastische Höhenbergsteiger erwiesen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich besonders an den Sherpas? Haben die irgendwas in ihrer DNA? Ja, genau. Und das ist eigentlich die Frage. Was ist so besonders an den Sherpas? Ja, damit erstmal, was sind denn eigentlich die Sherpas? Wo kommen die her? Und ja, da bin ich auf Wikipedia gegangen, weil das ja dann oft die einfachste Möglichkeit ist, der Informationen zu finden. Und die Sherpa, die sind das sogenannte Ostvolk. Also wenn man Sherpa übersetzt, dann bedeutet das Ostvolk. Und die sind eine Volksgruppe der Tibeter, die vor 300 bis 400 Jahren, also vor relativ kurzer Zeit aus Tibet ausgewandert sind. Also die sind im Prinzip Tibeter, die dann in das Himalaya gegangen sind. Und ja, die Tibeter sind natürlich wohl die wichtigste Population von Menschen, die permanent oberhalb von 3000 Meter leben. Und es gibt noch andere Populationen und das sind die Bewohner der Anden. Die Anden sind natürlich auch sehr hoch und da leben Menschen in großer Höhe. Und dann gibt es noch eine Population in ostafrikanischen Hochländern, in Äthiopien. Und die leben auch in der Höhe. Und man weiß heutzutage, dass sich diese Populationen, die in der Höhe leben, oberhalb von 3000 Meter, dass die ja bestimmte DNA-Varianten haben, die es ihnen ermöglicht, dass die ohne die ganzen Höhenanpassungsprobleme, die viele Europäer haben, dass sie da in der Höhe relativ gut und gesund leben können. Gut. Du hast ja jetzt erwähnt, dass es hier bestimmte Varianten gibt. Und woher weiß man aber, dass die Höhenvölker an die Höhe angepasst sind? Wir wissen ja, dass wir in der Höhe weniger Sauerstoff haben. Und wenn wir weniger Sauerstoff haben, dann müssen wir zum einen entweder mehr atmen, zum anderen kann aber der Körper auch darauf reagieren, einfach mehr Hämoglobin und mehr rote Blutkörperchen zu produzieren und somit den Sauerstofftransport zu verbessern. Ja, Martin, du unterrichtest ja auch Sportbiologie. Und deswegen schon mal danke für die Einleitung. Ja, es ist in der Tat so, dass es zwei Sachen gibt, auf die Höhe zu reagieren. Und das, wenn, ja, liebe Podcast-Gemeinde, wenn ihr in die Höhe geht, das Erste, was ihr merkt, ihr atmet natürlich mehr. Das ist eine Anpassung. Aber dann langfristig verändert sich auch das Blut. Das dauert nicht Minuten, sondern das dauert Wochen. Denn der Körper produziert mehr rote Blutkörperchen. Und die roten Blutkörperchen, die haben Hämoglobin. Und das Hämoglobin, das bindet den Sauerstoff. Denn ohne Hämoglobin wird nur sehr wenig Sauerstoff im Blut gelöst. Ja, und jetzt gibt es die Anthropologin Cynthia Biel. Und die hat sich mit den Völkern, die in der Höhe leben, beschäftigt. Und die ist nicht nur Anthropologin, dass sie guckt, was die essen und was die machen, sondern die ist auch gleichzeitig eine fantastische Biologin. Und die hat untersucht, was ist denn anders eigentlich in den Völkern, die in der Höhe leben. Und ja, die auf Meereshöhe leben. Und unterscheiden sich die Völker, die in der Höhe leben, also die Bewohner der Anden und die Bewohner des tibetischen Hochlands in erster Linie, unterscheiden die sich. Und was sie gemacht hat, die hat halt bei denen, bei Männern und bei Frauen die Atmung gemessen und gesehen, wie viel Luft geht da pro Minute in die Lunge rein und raus. Und dann hat sie auch dann das Hämoglobin gemessen. Denn das Hämoglobin ist natürlich die Substanz, die den Sauerstoff im Blut vor allem transportiert. So, und bei der Sache, da kam was Interessantes raus. Und die hat nämlich gefunden, dass die Tibeter und die Menschen, die in den Anden leben, dass sie sich unterscheiden. Und der Unterschied ist wie folgt. Wenn man sich die Atmung anguckt, dann atmen die Tibeter relativ viel. Und die Bewohner der Anden, die atmen relativ normal. Also da ist irgendwas verändert bei den Tibetern, dass sie generell mehr Luft in die Lunge reinbringen und wieder rausbringen pro Minute, sodass die Lunge besser ventiliert ist. Wenn man sich dann aber das Hämoglobin anguckt, dann haben die Tibeter, obwohl die in der Höhe leben, relativ normale Hämoglobin-Konzentrationen. Im Gegensatz zu den Menschen, die in den Anden leben, die erhöhte Hämoglobin-Konzentration haben. Also zusammengefasst scheint das so zu sein, dass die Tibeter die Höhenanpassungen vor allen Dingen über die vermehrte Atmung erreichen und dass die Bewohner der Anden, dass die die Höhenanpassungen vor allen Dingen über eine erhöhte Hämoglobin-Konzentration und Sauerstofftransportkapazität des Blutes erreichen. Also die haben sich an zwei unterschiedlichen Orten quasi über Jahrtausende an die Höhe angepasst. Und das hat zu zwei verschiedenen Mechanismen geführt. Und daher unterscheiden sich auch die Menschen, die in Tibet leben und die Menschen, die in den Anden leben, in Bezug auf das. Das klingt alles sehr interessant. Und warum ist es nun so, dass sich hier zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Adaptation herausgebildet haben? Ja, die wichtige Frage ist natürlich, gibt es denn Evidenz dafür, dass diese unterschiedliche Anpassung oder überhaupt, dass die Anpassung, dass sie auf Veränderungen der DNA zurückzuführen ist. Ja, wer nicht Biologe ist, der hat wahrscheinlich trotzdem gehört, dass die DNA recht wichtig ist im Körper. Denn die DNA ist quasi ein Buch, das beschreibt, wie man Menschen baut. Ja, das und dass die DNA hat Gene und diese Gene kodieren Proteine. Und es gibt auch bei den Menschen Unterschiede in diesen Genen. Und zwar, das ist so Unterschiede in der DNA-Sequenz. Und das kann man heute sehr gut messen. Und man kann zum Beispiel die Frage stellen, wenn wir uns Tibeter angucken, die ja höhenangepasst sind und wahrscheinlich auch genetisch höhenangepasst sind, unterscheiden die sich in ihrer DNA-Sequenz von den Han-Chinesen, die ansonsten sehr ähnlich sind, aber die nicht diese Höhenanpassung machen. Und genau das hat Cynthia Biel mit ihrem Team gemacht. Die haben einen sogenannten Gene-Chip benutzt. Und auf diesen Gene-Chip hat man eine halbe Million Proben, mit denen man feststellen kann, ob jemand eine Variante von einer DNA-Sequenz hat. Und dann haben die halt 35 Tibeter untersucht, also die DNA von 35 Tibetern und die DNA von 84 Han-Chinesen. Und dann haben die halt geguckt, gibt es da irgendwo im Genom Unterschiede, wo die Tibeter eine DNA-Variante haben und wo die Han-Chinesen eine andere DNA-Variante haben. Ja, und das Experiment hat sehr gut funktioniert. Und ja, ich gucke mir jetzt hier gerade die Daten vor mir an und was das zeigt, ist, das zeigt halt die ganzen menschlichen Chromosomen. Und dann gibt es Punkte für jede dieser DNA-Variablen. Und wo sich die Han-Chinesen oder die Tibeter von den Han-Chinesen unterscheiden in der DNA-Sequenz oder systematisch unterscheiden, da gehen dann die Punkte nach oben. Und da gibt es eine Stelle im Genom, wo es einen riesengroßen Unterschied gibt. Und das ist auf Chromosom 2. Und das ist das EPAS-1-Gen. Und das EPAS-1-Gen, das ist bekannt dafür, dass es ein Gen ist, das auf Hypoxie reagiert. Denn das EPAS-1-Gen, das ist wichtig dafür, dass der Mensch dann Erythropoietin produziert oder EPO. Ja, liebe Postkarsgemeinde, die habt ja sicherlich schon von EPO gehört, im Kontext von Doping bei Radfahrern. Denn das EPO, das ist ein wichtiges Hormon, das halt die Produktion von roten Blutkörperchen und von Hämoglobin stimuliert. Und deswegen macht das auch sehr viel Sinn, dass die Tibeter eine Variante von dem EPAS-1-Gen haben, da das wahrscheinlich nicht so sensitiv ist wie bei den Tibetern, das heißt bei den Han-Chinesen. Bei den Han-Chinesen wahrscheinlich, die gehen in die Höhe, da wird das EPAS-1-Gen sehr stark angeschaltet. Die produzieren vier EPO und die haben dann sehr dickes Blut mit sehr viel Hämoglobin. Aber bei den Tibetern, da ist das EPAS-1-Gen wahrscheinlich durch diese DNA-Variante ein bisschen gedämpft. Man produziert weniger EPO und als Resultat davon wird das Blut nicht ganz so dick wie bei den Han-Chinesen. Wenn wir jetzt die Ergebnisse von den Tibetern vergleichen mit den Sherpas, haben dann die Sherpas ebenfalls diese EPO-Variante? Ja, nicht EPO-Variante, EPAS-1-Variante, das ist ein Unterschied, weil der EPAS-1 reguliert ja EPO. Aber das ist natürlich so eine naheliegende Frage, weil die Sherpa, das sind natürlich diejenigen, wo man die Höhenanpassung ganz besonders sieht, weil das sind halt die Höhenbergsteiger, die halt die Menschen auf den Mount Everest bringen. Und da hat man natürlich auch untersucht, ob die Sherpas diese EPAS-1-Variante haben, was ja auch naheliegend ist, denn die Sherpas sind ja im Prinzip Tibeter. Und in der Tat haben dann Forschungsgruppen herausgefunden, dass die Sherpas auch diese Variante im EPAS-1-Gen haben, die zumindest teilweise die Höhenleistungsfähigkeit der Sherpas erklärt. Das ist ja jetzt ein bisschen komisch oder auch ein bisschen verwirrend, dass die Tibeter und die Sherpas in der Höhe eigentlich ein Blut haben, das eigentlich nicht viel dicker ist, wie das Blut jetzt bei uns den Völkern im Tiefland. Wie kann man sich sowas erklären? Ja, Martin, da sprichst du eine gute Frage an. Also die habe ich mir auch schon immer gestellt. Ich hatte mir früher immer vorgestellt, dass die Sherpas und die Tibeter und die Bewohner der anderen, dass die super dickes Blut haben, einen sehr hohen Hämatokrit, eine sehr hohe Hämoglobin-Konzentration, damit die halt viel Sauerstoff transportieren können. Und dadurch kann man halt diese Hypoxie oder den Sauerstoffmangel, der in der Höhe herrscht, halt kompensieren. Und dann irgendwann hatte ich halt dieses Modul in Mondensports vorbereitet und da kam dann raus, dass die Sherpas in der Höhe eigentlich ein Blut haben, das genauso dick ist, ja, wie von der Podcast-Gemeinde hier im Durchschnitt, ja, von uns, die wir nah am Sea-Level oder an Meereshöhe leben. Und das war schon ein bisschen komisch. Aber dann, ja, wurde es relativ schnell klar, dass ein dickes Blut nicht nur Vorteile hat. Denn es gibt jetzt etliche epidemiologische Studien und die gucken sich halt an, ja, wie sieht es denn aus mit der Dicke des Blutes und der Sterblichkeit. Und was man da sieht, ist, dass wenn die Leute dünnes Blut haben, geringe Hämoglobin-Konzentration, geringen Hämatokrit, also man nennt das Mediziner, die würden das als Anämie bezeichnen, dass die eine erhöhte Sterblichkeit haben. Das macht ja auch Sinn, denn, ja, wenn man wenig Sauerstoff probiert, dass man dann Probleme hat und dass man dann eine erhöhte Sterblichkeit hat, das ist vielleicht nicht ganz überraschend. Dann gibt es, wenn man so ein normal dickes Blut hat, ja, mit normalen Hämoglobin-Konzentration und normalen Hämatokrit, dann hat man die minimale Sterblichkeit. Und dann kann man gut Sauerstoff transportieren. Aber man hat auch keine Probleme, die man bekommen könnte, wenn das Blut zu dick ist. Und dann geht die Kurve nach oben. Wenn das Blut dicker und dicker wird und das Hämoglobin höher und höher steigt und der Hämatokrit höher und höher geht, dann kann man zwar mehr Sauerstoff produzieren, aber dann hat man höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das sind so Erkrankungen wie Thrombose. Und ja, die töten halt die Menschen. Und man kann sich halt vorstellen, dass das natürlich ein starker Faktor ist bei der natürlichen Selektion, dass natürlich Menschen, die zu dickes Blut haben in der Höhe, dass die dann all diese Probleme kriegen mit dem Herz-Kreislauf-System. Und dass es natürlich eine starke, natürliche Selektion gibt für diejenigen, die halt einen für die Gesundheit optimalen Hämatokrit haben in der Höhe. Da gibt es noch einen zweiten Datensatz. Und das sind so Daten zu Fehlgeburten oder zu vorzeitigen Geburten. Und da zeigt sich auch, wenn Frauen zu dickes Blut haben, dass das Risiko von Fehlgeburten und von zu frühen Geburten auch stark erhöht. Und ja, das erklärt wahrscheinlich dann auch, warum die Tibeter ja eine normale, in Anführungsstrichen, für Meereshöhe, für Menschen, die auf Meereshöhe leben, ja, dass die Tibeter da keine andere Hämoglobin-Konzentration haben. Denn das ist eigentlich die gesundeste Hämoglobin-Konzentration. Und wenn die zu hoch ist, dann steigt das Risiko an, Erkrankungen zu haben. Und das ist also die Erklärung, dass also die Tibeter wahrscheinlich für die Höhe und für die Gesundheit eine optimierte Hämoglobin-Konzentration haben. Und die kompensieren halt den Sauerstoffmangel durch eine vermehrte Atmung. Das ist ja ein sehr interessanter Zusammenhang. Und wie kommt es jetzt dazu, dass bestimmte Völker oder die Sherpas eben diese E-Pass-Variante in dem Gen aufzeigen? Ja, also Varianten in der DNA geschehen bei jeder Zellteilung. Wenn sich eine Zelle teilt, die muss ja die DNA verdoppeln, damit die dann die DNA in jeder Tochterzelle hat. Und ja, solche Mutationen kommen zufällig vor. Und ja, wenn die dann vererbt werden, dann haben auf einmal zwei Menschen die Variante der DNA oder dann mehrere Menschen. Und jetzt war natürlich die Frage für die Forscher, gut, die Tibete haben diese Variation. Wann ist die eigentlich entstanden? Wann hatte der erste Mensch diese Variation? Da kann man mit bestimmter Forschung, kann man versuchen, so den Zeitpunkt zu bestimmen, wenn diese Variante entstanden ist. Und die Strategie von so einer internationalen Forschungsgruppe war, die haben halt das E-Pass-1-Gen bei den Tibetern sequenziert. Und die haben dann in Datenbanken nachgeguckt, wo diese E-Pass-1-Variante der Tibeter und der Sherpas eigentlich herkommt. Findet man die bei anderen Volksgruppen. Und da war eigentlich ein super überraschendes Ergebnis. Die DNA-Variante, die die Sherpas haben und die die Tibeter haben, die hatten in der Datenbank, laut den Datenbanken, auch die sogenannten Denisovens. Und das war total überraschend, denn die Denisovens sind Urmenschen. Ja, das sind keine Homo Sapiens, sondern die sind ähnlich wie Neandertaler. Und ja, wie soll man sich das jetzt vorstellen? Also die Denisovens sind wie die Neandertaler archaische Menschen, die jetzt aber ausgestorben sind. Also wie die Homo Sapiens dann kamen, dann sind die Denisovens und die Neandertaler dann relativ schnell ausgestorben. Und jetzt hat man aber auf dem tibetischen Plateau Knochenfunde gefunden. Und die haben gezeigt, dass schon vor 160.000 Jahren Menschen in 3.000 Meter Höhe gelebt haben. Und ungefähr vor 30.000 bis 40.000 Jahren haben Menschen in 4.500 Meter Höhe gelebt. Das ist fast die Höhe von dem Mont Blanc. Und das waren die Neandertaler, denn die Homo Sapiens, die sind erst vor 55.000 bis 65.000 Jahren aus Afrika ausgezogen. Und was dann passiert ist, oder wie das wahrscheinliche Szenario ist, dass die Denisovens in diesen Tausenden von Jahren, dass da jemand diese Variation von dem EPAS-1-Gen zufällig bekommen hat, die hat sich dann wahrscheinlich bei den Denisovens verbreitet. Und wir wissen auch, dass die Denisovens und die Homo Sapiens, die waren halt Boyfriend und Girlfriend, das waren halt Pärchen teilweise. Und die haben halt auch Kinder gehabt. Also die haben jetzt gerade vor relativ kurzer Zeit festgestellt oder ein Kind gefunden, das 50% DNA von den Denisovens hat und 50% DNA von den Homo Sapiens, die da in der Gegend waren. Also die konnten sich miteinander verpaaren. Und es war wahrscheinlich, dass da so ein Pärchen war und da hat halt das Denisoven-Mädchen oder Denisoven-Frau oder Mann hat halt die DNA mit dem EPAS-1-Gen, mit der EPAS-1-Gen-Variante halt in das gemeinsame Kind dann halt getragen. Und damit war das EPAS-1-Gen auch in dem Homo Sapiens-Gen um. Und dieses Kind hat sich dann wahrscheinlich mit Homo Sapiens verpaart, also die, die später dann zu Tibetern geworden ist. Und dadurch, dass das halt diese Vorteile in der Höhe hatte, hat sich das halt relativ schnell durch natürliche Selektion halt bei den Tibetern verbreitet. Und heutzutage haben fast alle Tibeter diese EPAS-1-Variante, die ursprünglich von diesen Denisoven-Urmenschen kamen, die ja schon sehr früh auf dem tibetischen Plateau gelebt haben. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die du uns hier gerade erzählt hast. Und ist es aber die einzige genetische Veränderung bei den Tibetern und den Sherpas? Und eine zweite Frage ist, wie sieht es bei Bewohnern in den Anden und des ostafrikanischen Hochlandes denn aus? Ja, diese erste genetische Studie von Cynthia Biel hat natürlich dann viel Forschung stimuliert. Denn hier konnte man zum ersten Mal sehen, dass sich Menschen an bestimmte Umgebungen angepasst haben. Und das ist für mich fantastische Forschung. Und dann wollte natürlich ja jeder rausfinden, ist das EPAS-1 das einzige Gen? Weil wir wissen ja auch, dass die Bewohner der Anden sich anders angepasst haben als die Bewohner des tibetischen Hochlandes. Und die erste Studie von Cynthia Biel, das waren insgesamt unter 200 Menschen, die die untersucht hat. Und man kann in der Genetik halt noch mehr Varianten entdecken, indem man in solchen Studien halt mehr Probanden untersucht und Probandinnen untersucht. Und das haben die Forscher dann auch gemacht. Und die haben dann in dieser Forschung eine Reihe von Genen festgestellt, die halt nicht so einen ganz starken Effekt hatten, wie diese EPAS-1-Variante. Aber man hat bei Bewohnern des tibetischen Hochland noch viel mehr DNA-Varianten festgestellt oder identifiziert. Ebenso von den Bewohnern der Anden und auch von Bewohnern des ostafrikanischen Hochlandes. Also wir wissen heute, dass ja diese Völker, die in der Höhe leben, wenn man die vergleicht mit ihren engsten Verwandten, die halt im Tiefland leben, dass sie spezifische DNA-Varianten haben, die durch natürliche Selektion halt bei diesen Völkern halt diese Höhenanpassung dann verursachen, die halt diesen großen Vorteil, dass sie in der Höhe viel besser überleben, als ja, wenn ihr und wir in der Höhe leben würden. Vielen Dank, Henning. Jetzt hast du sehr viel über Genetik, über Hämoglobin und über Höhe erzählt. Ich denke mal, jetzt zum Abschluss wäre es nochmal ganz gut, wenn du die wichtigsten Punkte nochmal in ein paar Sätzen kurz für unsere Zuhörer zusammenfassen würdest. Ja, Martin, gerne. Wir als Sportbiologen, wir wollen ja auch immer klar kommunizieren. Und uns ist es ja auch wichtig, dass die Sachen nicht nur interessant sind, sondern ja, dass man ja diese teilweise auch sehr komplexen Sachen auch relativ gut versteht. Daher jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das sind sechs Punkte, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Also der erste Punkt ist, dass die meisten Tibeter, die Menschen, die in den Anden leben und die Bewohner des ostafrikanischen Hochlands, dass die Variationen in ihrer DNA haben, die als Konsequenz das Leben in der Höhe erleichtern. Die haben weniger Probleme in der Höhe. Es gibt ja Krankheiten wie chronische Höhenkrankheit und die Menschen, die halt diese DNA-Varianten haben, haben viel geringeres Risiko, dass sie an derartigen Krankheiten leiden. Der zweite Punkt. Wenn man sich jetzt die physiologischen Veränderungen anguckt, dann sieht man, dass die Tibeter viel atmen und dass sie dadurch durch diese vermehrte Atmung den Sauerstoffmankel kompensieren. Im Gegensatz dazu haben die Bewohner der Anden an erhöhtem Hämatokrit oder dickeres Blut oder erhöhte Hämoglobin-Konzentrationen. Die können also pro Liter Sauerstoff mehr Sauerstoff, pro Liter Blut mehr Sauerstoff transportieren und das ist deren Anpassung an die Höhe, die es ihnen ermöglicht, diesen Sauerstoffmankel zu kompensieren. Der dritte Punkt. Cynthia Biel und andere Forscher haben dann natürlich die Frage gestellt, ja, das muss ja genetisch sein. Also wenn man solche Phänomene anguckt, dass wirklich eine ganze Population eine physiologische Besonderheit hat, das ist eigentlich fast immer durch eine Veränderung, durch eine Variante in der DNA-Sequenz zu erklären. Cynthia Biel und Mitarbeiter haben dann halt diesen GIN-Chip benutzt und haben halt die Tibeter mit den Handchinesen verglichen, die halt auf Meereshöhe oder auf jeden Fall nicht in der Höhe wohnen. Und was die gefunden haben, die haben eine spezifische DNA-Variante gefunden und das war die Variante von dem EPAS-1-Gen. Und das macht auch sehr viel Sinn, denn das EPAS-1-Gen reguliert die Produktion von EPO und EPO reguliert die, ja, die Blutdicke. Und wahrscheinlich haben die Sherpas da so eine Variante, dass die halt bei Sauerstoffmangel weniger EPO produzieren und dass das Blut dann nicht ganz so dick wird, was halt gesundheits-, positive Gesundheitseffekte hat, wenn man in der Höhe lebt. Der vierte Punkt. Die Frage ist natürlich jetzt, wo kommt diese Variante des EPAS-1-Gens bei den Tibetern her? Ja, die ist ja, alle anderen Menschen haben diese Variante nicht, aber fast alle Tibeter und Sherpas haben diese Variante des EPAS-1-Gen. Und dazu haben halt eine internationale Forschungsgruppe das EPAS-1-Gen sequenziert. Und die haben dann halt die DNA-Sequenz des EPAS-1-Gens mit dem verglichen, was man in Datenbanken hat. Und zu deren großer Überraschung haben die gefunden, dass die Variante, die am meisten passt, ist eine Variante, die man bei den Urmenschen findet, die Denisovens genannt werden. Die Denisovens sind so wie ein Neandertaler und die haben schon vor über 100.000 Jahren im tibetischen Hochland gelebt. Und daher scheint es die Story so gewesen zu sein, dass halt diese Denisovens halt über Tausende von Jahren halt diese Variante des EPAS-1-Gen. Zufällig hat die irgendwer mal bekommen und die hat sich dann verbreitet bei den Denisovens. Und die Denisovens und die Homo sapiens, die dann später dann auch ins tibetische Hochland gegangen sind. Die haben halt Pärchen gemacht, die haben auch Kinder gehabt. Und dann hat wohl bei einem dieser Pärchen ist diese EPAS-1-Variante, die die Denisoven schon hatten, in das tibetische Genom gegangen. Und das hat natürlich einen großen Vorteil bedeutet, wenn man in 3.000 oder 4.000 Meter Höhe lebt. Und das war eine starke natürliche Selektion, so dass dann halt fast alle Tibeter und alle Sherpas heutzutage diese EPAS-1-Variante haben. Und der fünfte Punkt, den sechsten Punkt gibt es jetzt doch nicht, ist, dass die Sherpas auch diese Höhenvariante des EPAS-1-Gens haben. Und das erklärt zum Teil, warum die Sherpas halt solche fantastische Höhenbergsteiger sind, die nicht nur zum ersten Mal den Mount Everest bestiegen sind, sondern dass auch natürlich ein Sherpa der Erste war, der weit über 20 Mal den Mount Everest bestiegen ist. Und ich denke, das ist für mich so eine, oder für uns beide hoffentlich, so eine faszinierende Story, dass wir meinen, das wäre halt eine super Podcast, dass wir das euch auch mal, liebe Podcast-Gemeinde, erzählen könnten. Vielen Dank, Henning, für das hochinteressante und informative Interview. Und von meiner Seite aus kann ich dann nur noch sagen, viel Spaß und viel Erfolg bei den nächsten Klettertouren und hoffentlich brauchst du da keinen Sherpa. Nein, die gehen ja nur in die Alpen bis, ja, vielleicht werden wir dieses Jahr noch einen 4000 Meter Hügel machen. Und ja, ich hoffe, ihr fand das alles interessant und ja, wie man in Schottland immer sagt, stay tuned. Wir haben noch einige interessante Themen, die ja in den nächsten Podcast kommen wollen. Wir machen ja auch dann viele praxisrelevante Themen zu Training, zu Höhe, zu Klettern, zu allen Fragen. Und wenn ihr eine Frage habt, schickt uns einfach eine E-Mail, dann können wir vielleicht diese auch mal in so einem Podcast beantworten. Vielen Dank, see you later, bis irgendwann mal in den Bergen.